hallo und sehr herzlich willkommen zum neuen video von mir und heute zeige ich euch wieder drei mods die einfach im player zu hinzufügen könnt ohne irgendwas anderes dafür ersetzen zu müssen und zum ersten haben wir hier die spitzmaulen aushörner sind wie ich finde relativ gut gelungen und wir hatten ja bisher nur das indische panzernaus oder asiatische panzernaus und dadurch finde ich das ganz cool eigentlich dann haben wir hier noch ein krokodil kaiman oder nördliches bring krokodil ein nördlicher bring kein mann war nicht er ist größer als der katz stehen kann man sie hat auch eine andere textur dann haben wir doch das war pt wie immer sind alle mods in der beschreibung verlinkt ihr braucht sie nur runterladen und in euren ordern reinziehen das habe ich aber im zweiten planet zu mod verstellungs video schon erklärt also wer nicht weiß wie es geht es geht echt sehr einfach und dort kann man halt nachschauen das männchen hat auch ein schönes gewahr so dann war es auch schon mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal ciao